siehst du was nein aber der scharfschütze erwischte thompson auf genau so einer brücke wir kommen wir rüber wir locken die scharfschützen raus palfrey dein job gibt's im himmel grütze lebendköder willst du freiwillig dann halt die klappe und behalten das blätterdach im auge los auf mein befehl zeigt mir euren besten jesse johans das heißt rennt wie der wind jetzt alle in ordnung ist noch alles durchzeit sammelt euch bei den bäumen und 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 Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das?